Keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No work, just fun. With Randy Run. Der Pornobalken im Gesicht. Okay, wollen wir? Ist das Brathähnchen bereit? Du bist nicht das Brathähnchen. Ich tanze. Fertig. Yeah, bereit. Oh Gott, er kommt schnell den Stein rein, damit ich das hier nicht mehr ertragen muss. Boah, du kannst doch gar nicht weggucken. Komm jetzt, Pol. Warum? Weil ich gepottet hab. Ja, und? In der Runde 3, 2, mach Pause. Ihr wart ja noch am Labern. Mach doch kein Unterschied. Ich hab noch abgebremst. Da kommt er. Ah, da fliegt er. Ja, wo ist jetzt dieser komische Trank, ne? Da hinten ist eine Fläche, Kulti. Gehst du mal ein Stück zurück? Ja. Du möchtest uns sagen, Euleno-Move. 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 I don't like to move it. Oh, oh, oh. Oh? Ach nee, ich bin ja noch im Tank-Spec, so ne Kacke. Scheiße als Hexer, ne? Ja. 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 Ach, da hätte ich das gewusst, da hätte ich immer noch Talente gewandert. Ja. Gewandert. 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 Da habe ich ihn noch auf der Zielgeraden überholt. Ja, ich bin da nur gelockt. Weißt du, die Kontinuität. Wo ich irgendwie stehen kann, ohne... Ja, ja, dein verkackter Burst-Schaden, der bringt nichts gegen die Kontinuität. Ja, das für ein Tyrannisch ist meine Qual. Außer es... Hier, friss'n Fisch-Sakun. Eben, friss'n Fisch. Oh, ja. Ins Gesicht. Hat nicht aufgefasst. Hier, der, der, ne? Ja. Wer da? Der da, ja. Nee, der daneben. Der daneben. Der rechts daneben. Okay. Oder links, je nachdem, wo du stehst. Ja. Die da, der da. Da, da, da. Dö, 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 dö. Da, da, da. Alter, Sakun. Hm. Manchmal frage ich mich echt, was in deinem Kopf vorgeht. Genau wie bei Saito. Das soll ich nicht wissen. Das befürchte ich auch. Nee, ich krieg nicht alle. Ja, lass die uns mal machen, das war auch nur ne Fünfergruppe, wie eben. Ja, ja, ja. Zwei rausnehmen und dann hochziehen und machen. Das kommt mal nach hinten. Ja. Oh, die muss die nach hinten ziehen. Haben wir noch einen rausgenommen? Nee, ne? Nö. Machen wir auch nicht. Dann mach ich den zuerst. What? Wenn ich aufstehe, komm ich dann... Ja. Ich wollte dich ja nicht mehr CC'n. Ich hab gefragt, ob er nicht noch einen wollte. Ja. Sakun, was ist mit deinem CC eigentlich? Ja, du hast doch gesagt, ja, brauchen wir nix CC'n. Du hast gesagt, wir brauchen nicht... Ja, ich wollt grad sagen, Sakun. Ich hab gar nix gesagt. Ey, klar. So wie gesagt, du brauchst doch nur ne Fünfergruppe. Können wir doch schnell machen. Ist doch wie eben. Ja, machen wie eben. Da haben wir auch zwei CC'n eben in der Fünfergruppe. Lauf dann nicht einfach so rein. Ich bin schon tot. Ja. Leute, die ganze Instanz, ne? Lief so toll. Bis zu diesem Punkt. Also dat nehm ich nicht komplett auf mich. Doch. Aber arbeiten an unserer Kommunikation. Ihr wollt direkt Schluss machen, oder wollen wir noch eine machen? Jetzt können wir noch eine machen. Jo. Egal. Du wolltest schon grad runterspringen, ne? Steck ihn rein, Fee. Nö, nö. Ich wollte es nicht mehr. Klick. Fuck ihn aus. Steck ihn rein. Wie gesagt, müde. Egal. Dafür reicht's immer. Was ist das irgendwie mit diesem Heim? A-Fix, B-Prefix, 4-Fix, C-Fix. Was? Was war das mit dem Heil nochmal? Das war das... I-Fix? I-Fix. Hast du denn den Passierschein A38 dabei? Nein. Wie gesagt, meine Schultern. Auge von Tür, das ist meine Artefaktfähigkeit. Ist die Abklingzeit um 25% verringert. Auge von Tür. Ist das irgendwie eine andere Bezeichnung, für dieses Kugloft? Also necker. Glory Hole? Nein. Der Welches Loch denn sonst? Das Herz am Plumpsklo? Nein, der Türspion. Machen wir ja rein. Glory Hole. Nein, der Türspion. Ist das nicht das Gleiche? Nein, der Türspion ist zu klein. Also, die Selbstheilung ist jetzt nicht das, was mir oft was bringt, sondern es ist eher... Naja, Auge von Tür auch nicht, ne? Doch, das ist schon teilweise sehr effizient. Ja, man sieht halt, wer reinkommt, ne? Naja, neun Sekunden lang 25% Schadensmini, lieber. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich hab's mal weggemacht. Jetzt wird er aus der Krutze ziehen. Was ist da im Mecker? Es war nicht der Splitter, hab ich gesagt, der so viel Schaden gemacht hat, den er sich da weggemacht hat, sondern es waren die 5 Stacks von dem Debuff, die so weggemacht hat. Die hab ich auch weggemacht. Hab ich einfach mal hochgeheilt. Ne, die waren schon hochgeheilt durch mich. Hab ich mich dran umgeheilt. Ach, erzähl nix. Hab ich mich dran umgeheilt, sag ich, und er pullt wieder. Was? 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 Ey, was? Ey, Mann. Wo ist man hier? Der stirbt jetzt, weil er hat den Splitter abgekriegt. Und wieder. Also könnt ihr euch mal an eine Stelle stellen, weil ich hab keine Ahnung, wo ich mich bin. Wir sehen doch einfach irgendwo hin. Ziehen aber mal irgendwo hin und stirb. Ah, danke. Ist uns scheißegal, ob hier irgendwo einer steht. Du stirbst da halt. Ne, ich steh immer am Arsch, Fee. Mir ist das völlig egal, in welche Richtung du den trägst. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Fee, Fee, hast kein Soldatenfutter drin? Ich war tot. Ja, dann, äh, ich ess gerade. Na, Tudi, willst du dich nochmal reinstellen und gucken, wie stark es tickt? Ruhig, 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 ruhig. Ich hab so Probleme, die ruhen, auf schrecklich zu heilen. Ja, ich weiß warum. Ja, weil du solche Mitspieler hast. Ich, was ich jetzt auch. Man willst ja richtig spielen. Genau. Umschränken. Das war's. 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 Das war's.